jestrad mit einem fetten schild angekündigt schwarz da bin ich ja mal gespannt das wird doch auch wieder so ein hartes brot aber ich kann es ja irgendwie nicht lassen hier ja ein bisschen schwung muss man hier schon mal mitnehmen an der einen oder anderen stelle aber ist halt auch eine erstbefahrung jetzt kommt hier wieder was zum angucken dann gucken wir uns das auch erstmal an ok ich nehme aber jetzt etwas einfachere leinen ich bin ganz alleine hier vielleicht wenn ich noch mal mit den anderen hier herkomme dann probiere ich das auf jeden fall mal aus oi also das kind geht ja ganz gut aber das letzte stück da unten runter war mir dann doch ein tickel zu halten ich hatte überhaupt keinen bock da unten in dieser dreckpampe zu landen und murphy's gesetz sagt ja was schief geht geht schief und ich lande drin also trocken bleiben und weiterfahren guckt ja schon wieder so was richtig fieses da fahr ich doch im leben nicht hoch ui 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 so mal gucken was meine zielgenauigkeit macht sehr gut sehr gut nichts stehen bleiben oder weiterfahren weiterfahren 2 1 2 1 2 2 2 4 2 sehr schön was ein Hammerabschnitt wie geil was ein geiler Abschnitt Mama Mia, die haben ja Dinger hier im Programm alles klar jetzt gehts ein Stück hoch und dann in den nächsten Abschnitt ok, weiter gehts jetzt 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 hoppale so und wieder was zum anschauen ach und weiter gehts das ist mir aber ein Tick zu heavy wie gesagt, ich bin alle klein hier schon wieder was zum angucken oder kann man hier auch mal was fahren ok mal gucken ob das was wird das wird jetzt eine harte Kombination von mehreren Elementen hintereinander so 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 halt wie geil ok ok und weiter gehts auf dem Trail so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 kleiner Sitzplatz gut na dann so so schwarze trail prokleti so 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 hier muss man auch immer mal mit rechnen dass es bergauf geht lock so 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 okay okay so 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 okay so 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 okay so richtig auf abgefahrene trails steht sollte hier mal herkommen habe mich heute sachen getraut wo ich gar nicht gedacht hätte dass ich die so hinkriege war absolut klasse hat euch das video gefallen wie immer ihr wisst ich freue mich um daumen nach oben schreibt meine kommentare was ihr von den trails haltet und bleibt gesund passt auf euch auf und bis zum nächsten mal macht's gut